Es geht für die Schweiz, wie auch für Basel Land. Es braucht eine starke Mitte-Partei, und das ist die CVP. Lösungsorientiert, nicht schwarz und weiss, aber orange. Ein paar Schwarze darf man durchaus geben, aber wir brauchen einfach die besten Leute. Wir sind angewiesen auf jede Stimme, dass man die Partei stärken kann, dass man den Landrat stärken kann und dass man schlussendlich Basel Land stärken kann. Die CVP steht ein für ein starkes Gewerbe, und für ein starkes Gewerbe braucht es auch starke Familien. Zu starken Familien gehören alle Generationen, Kinder, Jugendliche, die Eltern, aber auch die Senioren. Die CVP hat gute Köpfe, die für die Anliegen der Familie und vom Gewerbe einstehen. Wählen Sie die CVP. Mein Motto ist ein starker Kandon mit starken Gemeinden. Als CVP-Finanzminister bin ich natürlich auf einen grossen Rückhalt im Landrat, durch die Landratsfraktion der CVP angewiesen. Mein Ziel ist, die Finanzen im Griff zu haben bis 2016. Mein Ziel ist aber auch, mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten und die Aufgabenteilung zwischen Kantonen und Gemeinden neu zu überprüfen. Für das brauche ich eine starke CVP-Fraktion. Ich bin Urs Küng von Äsch. Ich mache mich stark für eine nachhaltige Finanz- und Familienpolitik, weil mir die Zukunft meiner Kinder wichtig ist. Gell Robin? Ja. Wählen Sie mich und die CVP-Liste 5. Ich bin Brigitte Boss aus Laufen. Wählen Sie mich und die CVP-Liste 5. Ein wirtschaftlich starker Kanton braucht starke Familien. Darum ist mir die Familienpolitik ein grosses Anliegen. Die Familien sollen bei uns Rahmenbedingungen finden, wo es ihnen erlaubt, Kinder möglichst sorgenfrei aufwachsen zu lassen. Zum Wohl der Familie und einer starken Gesellschaft. Mein Name ist Claudio Botti. Ich bin bisheriger Landrat. Ich bin aus dem Wahlkreis Biersfelder-Muttens. Im Landrat bin ich noch Mitglied der Finanzkommission. Und als Mitglied der Finanzkommission ist es mir ganz wichtig, dass wir im Kanton gesunde Finanzen haben, damit wir keine Steuerhöhe machen müssen. Das bedeutet, dass wir eine gute Wirtschaftsförderung im Kanton bekommen. Ich bin Peter Müller aus Oberwil. Der Kanton braucht mehr Mitte, statt Wind von links und rechts. Ich habe mich im Landrat für einen starken Wirtschaftskanton Basel-Land eingesetzt. Ich möchte die 50-plus-Generation aktiv im Arbeitsmarkt. Mehr Ausbildungsplätze für Gesundheit und Bildung, statt einfach Leute von aussen einkaufen. Ich will gute Bedingungen für KMU und Gewerbebeschaffungen. Ich bin hartnäckig, konstruktiv stark. Ich bin Daniel Pferter aus Brattelen. Ich setze mich ein für wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, damit wir starke KMU im Kanton haben und weniger Bürokratie und Vorschriften. Ich bin Pia Steinger aus Lierstel. Ich mache mich stark für die Vereinbarkeit des Berufs und der Familie und setze mich ein für die Durchsetzung von gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Ich bin Christina Hattenbauer, Walke Saalesheim. Ich mache mich stark für steuerfreie Kinderzulagen. Die Entlastung der Familie ist wichtig für die Zukunft in unserem Kanton. Eltern sollen nicht steuerlich benachteiligt werden. Darum mache ich mich zusammen mit der CVP Liste 5 stark für Sie. Ich bin Christin Gohan-Gur. Ich mache mich stark für eine gute Ausbildung für alle. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich setze mich ein für die erneuerbaren Energien, um in Zukunft unseren Kindern und ihren Nachkommen keine unkontrollierbaren Altlasten zu hinterlassen. Darum Liste 5. Ich bin Franz Meier aus Grelligen. Wählen Sie mich und Liste 5 der CVP. Unser Kanton braucht Lösungen und nicht Windböe von links und rechts, die zum Stillstand führen. Ich engagiere mich für gute Verkehrserschliessungen, denn nur so bleibt man ein attraktiver Standort für Wohnen, Freizeit und Abend. Markus Tudler, Arlesheim. Ich stand für starke Gemeinde statt Liestler-Zentralismus. Gesunde Baselbieter Finanzen mit einer nachhaltigen Politik. Welche sind meine und Liste 5 für bessere Verkehrs- und Freizeitinfrastrukturen im unteren Kantonsteil? Dass unsere Region für Familien attraktiver wird. Ich bin Christian Helfenstein aus Äspigott. Als Unternehmer setze ich mich für eine starke Wirtschaftsregion ein. Ein wichtiger Punkt sind für mich gut ausgebildete Berufsleute. Wählen Sie mich auf der Liste 5 der CVP. Ich bin Felix Keller, Landrat aus Altschweil. Ich engagiere mich für einen attraktiven Lebensraum. Das heisst intakte Infrastrukturen für den ÖV und Individualverkehr. Ein hohes Bildungswesen in unseren Schulen und starke KMUs als attraktive Arbeitgeber. Wählen Sie die CVP. Wählen Sie die Liste 5. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Liste 5. 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 Geh schreien Sie die Liste 5. Die Liste 5. Die Liste 5. Untertitelung des ZDF, 2020